Servus Leute, heute gibt es ein Raid auf Reserve und da war ich unterwegs, um ein Thermometer zu finden. Dazu wollte ich im Bunker die Gitterboxen looten und das habe ich für meine Weekly gebraucht, die wäre in unter einer Stunde ausgelaufen und ja, deswegen habe ich da ein Thermometer gesucht. Gab dann etwas Gesellschaft und lustige Situationen, aber auch leider hat man gesehen, dass auf Reserve im Moment ein harter Soundbug ist, von wegen da unten im Bunker, dass die Sounds leise werden, dass die Ebenen nicht stimmen und dass man da ziemlich überrascht werden kann. Das ist ein Bug, davon weiß BSG, aber ja, das macht halt diesen Bunker ziemlich schwierig, nur so als Hinweis vorweg. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follower da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. David, danke für den Tier 1. Warst du länger nicht mehr da? Danke für den Support, wir kommen zu Graubofahle, wie geht's? Servus, schön dich mal wieder zu sehen. Als, als, oh mein Gott, ey. Als Sub-Alert, thank you. Sorry, ich habe es aber passiert, ne, ist keine Pflichtveranstaltung. Danke für den Support, wie geht's? Hey. Hey. Das war nicht hier unten, oder? Oh, shit. Das ist der Boss. Ach, du Scheiße, ey. Das ist der Boss. Natürlich ist der jetzt hier. Willst du mich verarschen? Oh, Mann. Drei sind tot. Drei leben noch, also vier leben noch. Inklusive Glurak. Klar ist der Boss, der Boss sitzt da unten. Einmal, wenn ich da hin will, einen Thermometer suchen, ey. Gibt's doch nicht. Besonders hört man sich da unten nicht. B woah. Oh. Besonders hört man sie da unten nicht. Man hört einfach nichts Ich werde gleich so zerlegt Man hört einfach nichts RIP Oder ist der noch oben? Oh man Ich glaube der ist hier dahinter Ich bin mir nicht sicher Wo man Ey ich hasse Ich hasse es so sehr Hey Panic Auf der anderen Seite ist auch einer Hier hinten drin sitzt er auch Ey Das wird jetzt richtig scheiße Weil Es ist nicht nur so dass der Boss hier ist Es ist auch noch so dass der Sound hier unten gebackt ist Das ist ein normaler Scaf Oh shit Oh ja Ich werde auch noch einer Ja Oh mein Gott ey Ich habe keine Ahnung wer jetzt der Scaf Boss war Ich habe Luhar noch kein einziges Mal gehört Die Waffe ist ein richtiger Laser Ich muss gleich mal Ammo machen Komm schon hier Uhhh Ah 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 Das war's für heute. Ich glaube, das ist Kluha, so wie er schießt. Ich glaube, das ist eine Ash, die wir da hören. Ich glaube, das ist die Ash von Kluha. Das ist ein normaler Skeffir. Passiv steht unterm Chat. Hier war ich schon, oder? Nee. Das hört halt nicht mal, wie die Tür aufgeht, ey. Dann hab ich ihn hier zusammengeschossen. War das eine Gart? Nee, war ein normaler Skeff. Das war ein normaler Skeff, GG. Technical, come on. Was ist das Scheißding gerade wert? Ist quasi ein Thermometer, ein etwas Größeres, ja. Mit etwas mehr Saft. Mag er schon wieder nicht, ne? Okay, wir legen uns jetzt einmal kurz hier hin und nochmal schützen unseren Arm. Ich dachte, ich hatte jemanden gehört. 225k. Ja. Vielleicht nehme ich sie mit dann, aber große Lust habe ich nicht. Mit 200k, komplett overweight? Äh. I don't know. Genau. Feiertet jemand auf jeden Fall Gluha oben. 222 mal Vaseline, auch wenn es nicht stimmt. Nice. Aber wenn man die... Halt das da oben, kann man looten. Technical Supply brauche ich. Die Boxen hier sind schon echt nicht schlecht. Kann ich sagen. Au, 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 au. Ich habe das Gefühl, das ist Gluha. Ja, da hinten kommt er. Scheiße. Scheiße. Oh, man. Oh, man. Oh, man. See you, da hinten kommt. Yes. What the fuck? Was? What? Ja, 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 ja. Halt die Waffel. Wow. Der steht hier irgendwo. Nee, der ist von hier unten herangelaufen. Der ist herangelaufen. Hier ist ein Soundpark, wie gesagt. Auf Reserve. Hier ist irgendwo ein Glurak. Hier ist irgendwo. Unter mir. Was für ein Ringeltanz, ey. Ei, ei, ei. Ich will doch bloß den Thermometer. Hier drüben ist auch noch eine. Hier ist noch was. Jetzt hat sich noch was gedreht. Ey, der von da unten kam, der war echt übel. Kein Spaß. Heimer, wenn man da unten ein bisschen looten will, ist natürlich Gluha da. Nee, nee, nee. Dieses Quote ist hundertprozentig wahr. Zum Glück habe ich Muni dabei, ja. Deswegen habe ich so viel Muni dabei. Sollte es früher ins Bett, aber wieder bis gerade gepennt. Oh, dann wird es aber schwierig. Das macht den Schlafrhythmus sehr kaputt für uns. Schöne Ballerei, ja. Definitiv. Ich weiß, was ich da oben höre. Wahrscheinlich einen Skeff, der sich gerade an meinem Gluha bedient. Hey, Bankzocker. Servus. Shit, das ist eine gute Waffe. Hat mir Gluha schon mal gelootet. Mal garantiert ein Skeff-Player. Der leider nicht viel gehört hat. Irgendwelche Ziele? Einen Thermometer finden, ja. Immer noch, ja. Ich habe noch circa 50 Minuten Zeit dafür. Ist Gluha gelootet? Der hier ist auch gelootet. Der hier ist gelootet, ja. Hey. Hauptsache, alles ist schon weg. Scheiß Gavs, Mann. Jawohl. Ey, ich gehe... Nee, ich gehe hin. Nee. Einfach nee. Einfach nein. Nee, ich gehe jetzt hier. Yeah, Schreiter. Ey, hier unten ist so der harte Soundbug. Das ist so übertrieben. Oh, sorry. Spideful, danke schön für den T1. Den Gegifteten. Danke für 9 insgesamt. Mit Support. Für das Spektakel. Ich habe auch keinen einzigen Spieler gekillt. Ich suche bloß... ...ein Thermometer. Ey, der Sound hier unten ist einfach... ...königlich beschissen. Thermometer, komm. Habs einfach. Du nutzloses Stück, Mann. Hauptsache, die Sirene hört man hier unten. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich loote jetzt hier noch schnell durch. Technicals. Dann gehe ich raus hier. Ist das Technical? Ratio. Ratio. Da ist es. Komm. Do it. Belohnung. Jawohl. Let's go. Okay, hier kommt jetzt einer. Auf geht's. Mit Ansage. Easy. Tagauf gibt auch manchmal. Ist ein Streamer-Server. Machen uns nichts vor, Leute. Ich bin Streamer. Das ist ein Streamer-Server. So. Mach hallo YouTube im Chat. Auf geht's. Mach mal hallo YouTube im Chat. War doch aufregender als gedacht, da unten zu looten, muss ich sagen. War aufregender als gedacht. Keiner einzigen Spieler gekillt. Auf Reserve hatte ich schon so viele PvE-Rates, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf Reserve hatte ich so viele PvE-Rates. Jetzt drei Guards. Ich hab fünf Guards und den Boss. Eine Guard war nicht von mir. Wundervoll. Wundervoll. Setzen wir hier einen Marker. Wundervoll. 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 Wundervoll.